Du Cello, aber wer ist eigentlich dieser Prof. Dr. Walter Veith? Prof. Dr. Walter Veith ist ein weltweit bekannter Wissenschaftler aus Südafrika. Viele von Ihnen haben sicher seine DVDs und YouTube-Filme mit den inhaltsreichen und gut fundierten Vorträgen gesehen. Wir freuen uns, dass wir Walter Veith heute live erleben werden. Sein Vortragsthema von heute lautet Schöpfung und Wissenschaft. Kein Widerspruch, eine wissenschaftliche Glaubensreise. Und so möchte ich mal dieses Problem so ein bisschen ansprechen heute. Schöpfung und Wissenschaft, ist das denn nicht ein Widerspruch? Denn Darwin hat geglaubt, es ist ein Widerspruch. Und Gott sah, was er alles gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Also die Bibel sagt, am Anfang war alles sehr gut. Aber wenn man die Welt anschaut, dann sieht sie doch nicht so gut aus, oder? Es gibt wohl einiges, was sehr gut aussieht, aber nicht alles. 1. Mose 1, 26-28 Jetzt wissenschaftlich ist dieses Problem Mann und Frau schon ein wesentliches Problem. Denn die genetische Entwicklung von den beiden Geschlechtern dann noch zusammen mit den anatomischen Unterschieden, das ist ein wesentliches evolutionistisches Problem. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Also hier wird ein Wesen beschrieben, das eine edle Herkunft hatte. Natürlich in der Evolutionslehre ist die Herkunft nicht so edel. Da kommt man eher von unten und krabbelt sich mit Gewalt nach oben, bis wir endgültig die Hochintelligenz erreichen, die wir jetzt angeblich haben. Im Jesaja 43, Vers 7 steht geschrieben, dass Gott diesen Mensch geschaffen hat zu seiner Ehre. Also wieder dieses Noble, dieses Hervorragende. Der Mensch ist zum Ebenbild Gottes und er ist hier in einen Minikosmos hineingesetzt worden, wo er quasi wie Gott herrschen soll und dann noch mitteilhaben an die Schöpfung, indem er fruchtbar ist und Leben hervorbringt. Und Gott sprach, siehe ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben und es geschah so. Jetzt, da hört es aber wirklich auf. Jetzt ist es Märchen. Und es geschah so und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es war Abend und es wurde morgen der sechste Tag. Also hier wird erläutert, dass die sämtliche Schöpfung jedes Lebewesen Pflanzen gegessen hat. Jetzt soll man mir erklären, dass ein Löwe Pflanzen gegessen hat und ein Raubvogel Pflanzen gegessen hat. Na ja, das hört sich an wie so ein idyllisches Bild, aber das passt nicht in, was man in der Natur sieht. Und das war Davins Problem. Und das war auch mein Problem. Charles Darwin, so sah er aus als Jüngling, er war natürlich Naturforscher und er ging auf dieser Reise, um die Karte Südamerikas aufzuzeichnen und er war der Naturalist. Er hatte auch ein Buch dabei, das sein Kollege oder Freund Charles Lyell geschrieben hatte, über Geologie, wo zum ersten Mal diese langen Zeiten aufgezeichnet wurden. Also alles ist Milliarden Jahre alt und so weiter. Und Darwin war Theologe auch, hat also geglaubt an Gott, aber natürlich hat er auch geschaut, was in der Welt vor sich geht. Und so schrieb er an seinen Freund Dr. Arthur Gray, ich bin verwirrt, ich wollte gar nicht atheistisch schreiben, aber ich muss gestehen, dass ich nicht überall so klar eine gütige Schöpfung erkennen kann, wie andere und wie ich es mir wünschte. Warum gibt es denn so viel Leid auf dieser Welt? Ich kann einfach nicht glauben, dass ein gütiger und allmächtiger Gott, Ichnomion, das sein Schlupfwesen ganz bewusst so plant und schafft, dass er sich in lebende Raupen einisten oder dass er Katzen mit Mäusen spielen lässt. Also Darwin hat sich diese Welt angeschaut und gesagt, gut, sehr gut. Ja, wie steht es denn mit all den Parasiten? Und dann fressen sie sich noch in andere Lebewesen ein und verursachen so viel Schmerz und Not und Katzen und Löwen und diese Tiere töten sich, fressen sich auf. Das stimmt ja überhaupt nicht überein mit, was da in der Bibel steht. Also die evolutionistischen Gedanken hatte er ja zum Teil, denn sein Großvater war ja schon evolutionistisch eingestellt. Und so kam er auf den Gedanken, naja, wenn wir das evolutionistisch sehen, dann ist das alles logisch. Und in seinem ersten Entwurf zu seinem großartigen Werk, die Umstehung der Arten, schreibt er im Jahre 1844, Es wäre des Schöpfers zahlloser Universen nicht würdig, Millionen kriechender Parasiten und Würmer, deren Scharen seit frühester Zeit das Leben an Land und bis in die Tiefen des Ozeans befallen haben, einzeln zu planen und zu schaffen. Denn die Bibel sagt, Gott schuf und es war. Aber wieso sollte er diese Tiere schaffen, die so viel Leid verursachen? Es wäre doch erstaunlich, sollten Tiere so verändert worden sein, dass sie ihre Eier in Gedärm oder Fleisch anderer sensibler Lebewesen ablegen sollten, sie den Grausamkeit leben und sie genießen? Sollten sie falschen Instinkten nachgegeben haben? Sollte es jedes Jahr zu einer unermesslichen Verschwendung von Pollen, Eiern und, naja, Organismen führen? Das macht doch keinen Sinn. Aber wenn wir evolutionistisch denken, naja, dann ist es doch logisch. Also Darwin schaut sich die Welt an, er weiß, was in der Bibel steht und die beiden Geschichten sind in seinem Denken nicht harmonisch. Ist er logisch, ja oder nein? Natürlich ist er logisch. Es ist sehr logisch. Aber es ist unbedingt wahr, was er denkt. Hat sich nicht vielleicht etwas geändert und was er sieht, ist etwas, was nicht so war im Anfang. Und wir lesen da in der Bibel, da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich. Hier war etwas Neues. Denn ich bin nackt. Hier war noch etwas Neues. Nur Probleme. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau ist das Problem, die du mir zur Seite gegeben hast. Die gab mir von dem Baum und ich aß. Und da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Und die Frau antwortete, es war eine Gige, es war die Schlange. Die hat mich verführt. Und das Problem ist mit uns seitdem, bis zum heutigen Tag. Und dann interessant, da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Okay. Ich kann also annehmen, dass die Schlange vorher nicht auf dem Bauch rumkroch. Ja oder nein? Kann ich annehmen. Gut. Und das ist auch interessant, der Mensch ist nicht verflucht. Die arme Schlange wird verflucht. Was hat die damit zu tun? Naja, warum? Und bis zum heutigen Tag, in vielen Völkern, die Schlange, naja, das ist ein verfluchtes Wesen und man hat Angst vor der Schlange. Sollte es vielleicht eine Erinnerung sein von dem, was passierte? Naja, wie es auch sei, heute gibt es Eidechsen, die haben kleine Füßchen und es gibt Eidechsen, die haben überhaupt keine Füßchen, dann gibt es Schlangen mit Überbleibseln von Beinen und es gibt Schlangen, die keine Beine haben, die manchmal in der Embryologie Beine entwickeln, aber vollkommen, aber so reduziert, dass sie überhaupt keinen Sinn haben. also ist hier was Neues dazugekommen oder ist etwas verschwunden? Etwas ist verschwunden, aber jetzt noch eine Frage, Darwin wusste ja nichts von den Genen und so weiter, die hat er ja nicht verstanden und das war die Wissenschaft, der Gene war ja noch nicht bekannt, also er hat gar nicht gewusst, wie das funktioniert und er hat sich vorgestellt, dass über viel Zeit diese Veränderung kam durch natürliche Auslese. Aber die Frage ist, wenn die Beine da sind, wenn sie auch reduziert sind und sie sind vollkommen, alles ist da, sind die Gene dann noch gegenwärtig, ja oder nein? Müssen sein. Ja, was von Giftzähnen, ist das nicht was Neues? Eigentlich nein, denn das Gift, es kommt eigentlich von den Speicheldrüsen und das sind nur Enzyme, die Verdauungsenzyme sind. Natürlich, wenn ich das Schlangengift essen würde, was würde das erreichen, was würde das tun an mich? Gar nichts, ich würde es verdauen. Aber wenn ich das gleiche Gift mir in den Arm reinspritze, dann habe ich Probleme, dann werde ich eben verdaut und dann habe ich eine große oder was für eine Reaktion auch immer. Also das ist auch wiederum nichts Neues, was dazu kam, ist keine neue Entwicklung, das ist eine Veränderung. Und das gleiche finden wir bei den Spinnen, das sind veränderte Speicheldrüsen. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast, die Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinet Willen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Dissel soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Also etwas hat sich geändert, die Ernährung hat sich geändert, er musste jetzt auch Gemüse essen und das große Problem war, er hat gehorcht auf seine Frau. Also ob da eine Leere drin ist, weiß ich nicht, aber naja, Dornen und Disseln sollen sie tragen. Wiederum, was wird verflucht? Der Mensch, der gesündigt hat oder die Umstände? Ja, der Boden wird verflucht, aber warum? Um deinet Willen. Wir Afrika, wo ich herkomme, seit zwei Jahren eine Trockenheit, wie sie seit 1904 nicht gab. Die Tiere sterben in den Tausenden, es ist schrecklich, was da jetzt los ist. Und es ist doch interessant, dass wenn es gut geht, hat niemand Gott nötig. Aber wenn es so trocken wird, was passiert dann? Was machen die Farmer dann alle? Dann fangen sie alle an zu beten. Also wenn der Acker um deinet Willen verflucht ist und er bringt nicht mehr, was er vorher gebracht hat, in der Fülle, wie ergänzt man dann das, was zu wenig ist? Es wird etwas zugefügt zu der Ernährung. Du hast jetzt eine größere Auswahl an Ernährung, damit du all die Nahrungsstoffe, die vorher dir zur Verfügung standen, weiterhin zur Verfügung sind, aber du hast eine größere Palette. Jetzt kam das andere dazu und dann, die Pflanzen wurden auch geändert, Dornen und Dissel nach Bibel. Und wenn ich mir Dornen und Disseln betrachte, was sind denn das eigentlich? Diese Dornen hier von den Akazienbäumen, das sind einfach modifizierte Stile. Es ist interessant, wenn man einen Baum pflanzt, der normalerweise keine Dornen hat, in einer Umgebung, wo das Klima sehr stark ist, zum Beispiel viel Wind, dann kann er Dornen entwickeln. Aber das ist keine Evolution, denn das passiert in der gleichen Generation. Also hier, das ist nur ein modifizierter Stil, nichts Neues, aber in diesem Falle ist die Stachel ein modifiziertes Blatt und der Stamm wird umformt zu einem Blatt und das ist um Wüstenumstände zu überleben, damit die Oberfläche geringer wird. Und eine Rose hat natürlich auch Stacheln und das sind nur Auswüchse. Das ist das Gleiche wie wenn wir im Garten mit dem Spaten arbeiten und wir kriegen hier eine Hornhaut. Das ist so ein Auswug, aber das ist keine Evolution, das ist eine Reaktion auf Umstände. Und genau das Gleiche mit Disteln, da ist es das Blumenblatt, was umformt ist. Also von wegen Evolution und eine Änderung über Zeit aufgrund neuen genetischen Materien ist hier nicht der Fall. Das ist eine Reduktion oder eine Umstellung wie der Gen reagiert. Anstatt dass das Blatt sich öffnet, schließt es sich und wird zu einem Dorn. Und Darwin hat gesagt, die Parasiten sind ein Megaproblem. Problem. Denn wieso würde Gott so etwas in die Welt setzen, wenn die doch nur andere Organismen ausbeuten. Die meisten Parasiten, die man in der Welt findet, sind reduzierte Organismen. Zum Beispiel der Bandwurm. Der hat keine Augen, der hat keinen Darm. Wieso braucht er einen Darm? Er wohnt ja im Darm, hat ja alles zur Verfügung. Er hat keine Augen, weil es ist stockdunker da drin, hat es nicht notwendig. Es ist auch interessant, dass binnen acht Generationen, und das kann keine Evolution sein, Tiere, die in Höhlen wohnen, verlieren die Augen. Und binnen ein paar Generationen, wenn sie nicht in Höhlen wohnen, dann kommen die Augen wieder zurück. Also die Gene sind noch da, die Gene sind nur ausgeschalten. So, das sind reduzierte Organismen und keine Evolution. Und warum sind sie jetzt Parasiten? Genauso wie der Mensch etwas hinzugefügt bekam als Nahrung, als die Erde nicht mehr das zeugte, was sie vorher zeugen sollte, so kann es ja passieren, dass viele Pflanzenarten einfach nur verschwanden oder Früchte, die vielleicht jeden Monat da waren, plötzlich nicht mehr da sind, weil es Winter wird und die Umstände sich ändern. Was macht man, wenn man zum Beispiel Pflanze A gegessen hat und die existiert nicht mehr? Oder was macht man, wenn man eine bestimmte Frucht gegessen hat und dann für neun Monate im Jahr ist die Frucht nicht da? Dann hat man zwei Wahlen. Entweder man isst was anderes oder so gibt es viele Beispiele, die heute als Evolution erklärt werden, aber eigentlich, wenn man es studiert, keine Evolution vorstellen. Zum Beispiel Pathogene sind meist translockierte Organismen. Ein Pathogen ist ein normales Bakterium, zum Beispiel E. coli. Wir haben zig Milliarden im Darm und die sind ganz glücklich und wir haben ein gutes Verhältnis miteinander, eine Symbiose, kein Problem, aber versetze jetzt dieses Organismus in einen anderen Platz in den Körper, sagen wir mal um die Herzhaut, dann ist dieser Organismus unter Stress und produziert Giftstoffe, die uns dann lebensgefährlich sind für uns. Also ein translockierter Organismus wird ein Pathogen, aber das ist nicht Evolution, das sind Umstände. Wie ändern sich denn die Bakterien so schnell, dass man so viel Antibiotika Resistanz findet und so weiter. Genau wie die Menschen Gene austauschen im Geschlechtsverkehr, so können Bakterien Plasmiden austauschen, also kleine Stücke DNA, die werden dann übertragen und der Empfänger baut sie dann in das DNA ein und dann haben wir einen Rekombinant. Aber das ist nicht ein zufälliger Prozess, das ist ein hoch organisierter Prozess, denn dieser Gen wird genau auf einem bestimmten Lokus eingepflanzt und die Enzyme, die da mit arbeiten, müssen hundertprozentig am richtigen Platz den einsetzen, denn sonst sind die nächsten Gene alle unlesbar und somit wird ein Organismus eben resistant gegen Antibiotika oder gegen Spritzmittel oder was auch immer, aber das ist keine Evolution, das ist nur eine Rekombination, das ist nichts Neues, das ist nur eine neue Organisation, also Immunität, Resistanz gegen Pestizide, Herbizide, Antibiotika ist nicht aufgrund neuer genetischer Materie, sondern diese Rekombination, also wiederum keine Evolution und dann hat man festgestellt, dass man noch ein ganz anderes Mechanismus hat, um die Gene zu manipulieren und das ist eine ganz neue Wissenschaft und die ist sehr interessant, die Wissenschaft der Epigenese, ja was ist Epigenese, wie erklärt man Epigenese, Epigenese könnten wir sagen, kann man vergleichen mit einem Computer, ich weiß nicht wie man das auf Deutsch sagt, aber dieser Computer, der hier steht, nennt man in Englisch Hardware, was ist das in Deutsch? Hardware, was ist los mit euch? Nicht ein Wort dafür, Hardware und das womit man ihn bearbeitet, das heißt Software, was heißt das in Deutsch? Auch Software, ihr müsst euch was Besseres ausdenken, gut, also die Hardware ist dieser Computer und was kann ich alles mit diesem Computer anfangen? Kommt drauf an, was für eine Software, ich da reintue und wenn ich ein Architekt bin, dann habe ich Architekt Software und wenn ich ein Mediziner bin, dann habe ich medizinische Programme da drin, wenn ich ein Schreiber bin, dann habe ich Schreibprogramme, wenn ich ein Mathematiker bin, habe ich mathematische Programme, wenn ich ein Ingenieur bin, habe ich solche Programme, ich kann also tausend Dinge anfangen mit diesem Computer, obwohl die Hardware die gleiche ist. Und so funktioniert das auch in allen Lebewesen. Zum Beispiel die Gene, die können nicht einfach nur gelesen werden, die müssen erst aufgemacht werden, damit man es lesen kann. Das ist wie ein Buch, ich kann das Buch nicht lesen, wenn ich die Seiten nicht öffne, damit ich reinschauen kann, was da steht. Genauso DNA ist wie ein Buch, das zu ist und es muss jetzt erst geöffnet werden. Und da sind einige Proteine, diese Histone und das DNA wickelt sich um diese Histone und dann kann es nicht gelesen werden. So, hier ist ein Stückchen Buch, welches zu ist. Der Gen kann nicht gelesen werden. Und diese Histone haben solche Schwänzchen und dann kann irgendein Stoff aus der Umgebung sich mit diesem Schwanz hier verbinden und dann hat man einen epigenetischen Faktor, der sich da drauf setzt und dann öffnet sich das Buch. Und jetzt kann dieser Gen gelesen werden. Also viele Gene, so wie da, sind verschlossen. Zum Beispiel die Gene für Beine. Die sind alle verschlossen in diesen beinlosen Eidechsen. und unter bestimmten Umständen kann der Gen geöffnet werden und dann entwickeln sie sich. Jetzt wenn der Gen mehr und mehr gelesen würde, dann würde das sich mehr und mehr entwickeln. Also kann man viele Dinge erklären durch Epigenese. Das Interessante ist, dass sogar die Ernährung eine gewaltige Rolle spielt. Und Krankheiten und Neigung zu Krankheiten sowie Krebs und so weiter können oft mit nur die Ausschaltung von epigenetischen Faktoren, die diese Krankheit beeinflussen, in den Rückstand gestellt werden, dass sie nicht zum Ausdruck kommen. Also mit dieser neuen Erkenntnis kann man feststellen, dass es tausende Veränderungen geben kann in ganz ganz schneller Zeit, die nichts mit Evolution zu tun haben. Zum Beispiel Scientific American hat solche epigenetischen Studien gemacht und diese beiden Mäuse hier, diese Farbunterschiede können in einer Generation zustande kommen, nur durch epigenetische Veränderungen. Aber nicht nur das, nicht nur die Farbe, sondern die Größe. Die können von ganz kleinen Mäusen zu Riesenmäusen in einer Generation sich ändern. Wir schauen immer in die Vergangenheit, in die Paläontologie und staunen, dass die Tiere so groß waren. Also es muss ja was anderes gewesen sein. Diese Riesen Elefanten und diese Riesen Nashorne und diese Riesen Wölve, das muss ja was anderes gewesen sein. Aber durch Epigenese kann man das in einer Generation bekommen. Also nicht Evolution, sondern Aktivierung von Genkomplexen, die vorher nicht aktiv waren. Also kommen wir mal zurück zu Darwin und es gibt Parasiten, die sich mit Krabben als Gastgeber zusammentun und die sind ganz schrecklich. Die machen Geschwülste und haben ein Netzwerk, das sich entwickelt in diesen Krabben und dann saugen sie das Tier quasi leer und produzieren ihre Eier. Und dann sieht das ungefähr so aus. Also alle diese Eier hier sind ein Parasit. Und Darwin hat gesagt, weil es Parasiten gibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen Gott gibt, der diese Wesen geschaffen hat. Also ist die Evolution eine bessere Erklärung. Das Interessante ist, wenn diese Eier endgültig sich entwickeln, dann entsteht eine Larve. Und diese Larve ist total freischwimmend, hat Augen, einen Mund, einen Darm, Schwimmorgane, alles, was notwendig ist, um ein freies lebendes Wesen zu sein. Frage, haben sie darum die Gene für alle diese Eigenschaften? Natürlich, sonst könnte die Larve ja nicht so aussehen. Und diese Larve isst und tut, was sie auch tut, und dann findet sie einen Gastgeber, frisst sich da hinein, verliert alle Organe, alle. Nur so ein Gewese, Gewebe bleibt übrig und dann dieses Geschlechtssystem und sie saugt die Krabbe leer. Also ist hier etwas Neues entstanden oder ist etwas, was vorher da war, unterdrückt? Das ist die Frage. Und darum frage ich mich, ist die Schöpfung und die Evolution im Widerspruch? Widerspruch? Natürlich ist ein Widerspruch, wenn ich Darwins Brille aufhabe. Aber wenn ich das mit anderen Augen betrachte und eine andere Brille mir aufsetze, dann könnte ich vielleicht Dinge ein bisschen anders sehen, aber es wird ja mehr kompliziert. Hier haben wir Mücken und die saugen Blut. Was für ein evolutionistischer Vorgang war das, um diesen Apparat, diesen Probosses hier überhaupt zu entwickeln? Da gehört ja einiges dazu. Zum Beispiel dieser Apparat muss stark genug sein, dass man durch die Haut bohren kann und trinken kann vom Blut, aber das Blut hat ja diese Eigenschaft, dass es wie sagt man gerinnt ja und wie wird das jetzt verhindert? Naja, da sind Enzyme, die hier zusammen gebraucht werden und die verhindern das, sonst könnte das Blut ja hier rinnen in diesem Strohhalm und dann wäre die Mücke damit hin. Also Evolution, wie viele Millionen Jahre hat es gebraucht, bis dieser Apparat zustande kam? Aber das Interessante ist, es ist nur das Weibchen, welches Blut trinkt, das Männchen nicht, er trinkt nur Pflanzensaft und dann ist die Frage, wenn er nur Pflanzensaft trinkt, wie ist sein Apparat gestaltet, genauso wie beim Weibchen? Denn Pflanzen, der Saft wird auch, wie sagt man da in Deutsch, wenn er trocken wird und zäh wird und klebrig wird und das ist das gleiche Problem. So, die Enzyme verhindern das gleiche bei der Pflanze. Also, das Weibchen hat nichts Neues, aber eines ist neu, sie hat eine andere Nahrung. Und wieso hat sie eine andere Nahrung? Ja, vielleicht, wenn man es biblisch betrachten will, die Pflanzen haben vielleicht nicht mehr die gleiche Nahrung, die sie einmal vorher hatten und somit ergänzt das Weibchen die Nahrung, denn sie muss ja Eier produzieren. Aber da ist nichts Neues, also es ist keine Evolution, es ist nur zufällig, dass der Apparat auch brauchbar ist für das, was sie jetzt damit tun. Und das Gleiche mit Organismen, die Schmerz verursachen oder Stechen und dergleichen, so wie Bienen, was ist denn das für ein Apparat? Der sitzt jetzt am anderen Ende. Ist das was Neues? Ist das was ganz Neues, was sich hier entwickelt hat? Nein, das ist einfach ein umformter Ovipositor. Und es ist ja interessant, dass Bienen, die Arbeiter Bienen, die produzieren keine Eier und der ganze Ovipositor ist umgeändert auf diese Stachel. Das Interessante ist, wenn eine Königin stirbt, dann kann eine normale Arbeiter Biene sich umwechseln und eine Königin werden. Mit anderen Worten, alle die Gene, um Königin zu werden, sind in jeder Biene gegenwärtig. Aber warum kommen sie nicht zum Ausdruck? Weil die Königin ein Pheromon produziert, das die Gene alle unterdrückt, sodass sie nur Arbeiter bleiben. Und wenn dieser Pheromon weg ist und die Biene eine andere Ernährung bekommt, Royal Jelly, dann können diese Gene wieder aktiv werden. Also das hat Darwin alles nicht gewusst. Er hat nicht gewusst, dass man Gene anschalten und ausschalten kann. Er hat nicht erst gewusst, dass es Gene gibt, er hat nur anatomisch gesehen, hier kommen Veränderungen und die Evolution war die logische Erklärung. Also Tiere, die Schmerz verursachten, das war eins von Davins Problemen. Eine Maus und eine Katze, eine Wespe und ein Wurm. Wieso? Und dann kommen wir zum Löwen. Naja, schaut euch mal diese Zähne an. Das sind ganz sonderliche Zähne. Die sind doch entworfen, um etwas zu zerreißen. Ist doch logisch, dass dieses Tier mit so einem starken Kiefer und solchen Schneidezähne und solche Kanini ein Tier ist, das einen Entwurf hat, um zu töten. Und dann natürlich haben sie auch andere Eigenschaften, sie sind ziemlich aggressiv. Wir haben vor kurzem einen Film gedreht in Afrika und das war mit meinem Freund Henry zusammen und da sind wir zu vielen Stellen hingegangen und eine kleine Gruppe von uns sind einem Löwen begegnet und das ist schon ein Erlebnis um ohne Auto im Feld zu spazieren und der Löwe jagt auf dich los aggressiv unheimlich aggressiv natürlich muss man wissen in Afrika was man macht das funktioniert nicht immer aber glücklicherweise diesmal hat es funktioniert mit einem Löwen darf man nicht wegrennen denn dann bist du Essen also mit einem Löwen wenn er auf dich losstirnt nur ein Rad dich hinstellen dich breit machen um in die Augen gucken und normalerweise stürmt er dann und hört kurz vor dir auf und dreht sich dann um und geht wieder weg aber wenn du rennst dann bist du in der Mahlzeit natürlich wenn der Löwe weg ist kannst du dir dann die Unterwäsche waschen naja wieso sind die so aggressiv der Grund ist ist das ein evolutionistischer Grund hat das sich entwickelt über tausende und millionen generationen ein russischer wissenschaftler mit dem namen dimitri balayev hat das untersucht und er hat mit füchsen gearbeitet und er hat diese füchse genommen in dem wilden zustand wo sie noch aggressiv sind und so weiter und ängstlich und dann hat er gezüchtet und hat immer die mildesten genommen und nach acht generationen nur acht generationen also es ist keine evolution das dauert nämlich milliarden jahre waren sie ganz mild wie hunde und ganz zahn und was hat sich denn da geändert also hat er analysen gemacht und die drüsen analysiert die adrenal drüse zum beispiel und adrenalin und die waren wesentlich kleiner bei den zahmen und dann auch serotonin dieser gehirnstoff der war wesentlich höher in den zahmen als in den anderen also das war rein eine hormonale veränderung nichts anderes also aggressivität und alles was dazugehört ist rein aufgrund von hormonalen veränderungen hier haben wir einen bären und wir sehen dass dieser bär fisch ist und wenn wir die zähne uns anschauen dann sehen wir das ist ein carnivora jetzt nach bibel was hat der angeblich gegessen pflanzen das ist doch das ist doch unerhört oder der löwe was hat der gegessen pflanzen so sagt die bibel darwin sagt das macht keinen sinn und ich als wissenschaftler würde auch sagen das macht keinen sinn jetzt der bär der frisst wohl fisch aber nur zu der zeit wo nachdem das eis geschmolzen ist die fische kommen salmon und dann ihre eier legen und dann sind sie weg was macht er denn in der restlichen zeit er ist ein bär er ist bären darum heißt er ja auch bär und er ist gras komischerweise fast 86% seiner ernährung ist rein pflanzlich er ist natürlich ein opportunist und er hat eine schlechte laune also seine seine hormone sind nicht in ordnung naja es gibt ja auch menschen die schlechte laune haben wo die hormone nicht in ordnung sind oder aber das interessante ist dass der größte teil seiner ernährung ist pflanzlich also obwohl er die zähne hat als carnivor ist er zum größten Teil ein pflanzenfresser natürlich das ist kein bär im wahren sinne koala bär auch pflanzenfresser und scheint genug genahrung zu bekommen von seinem von seinem essen dass er 90% vom tag schlafen kann ja gibt auch menschen die das tun und dann haben wir diesen panda bär der wohnt jetzt nicht da wo der normale bär wohnt im Eis und Schnee sondern in tropischen Gebieten wo die Pflanzen ständig gegenwärtig sind also was ist seine Nahrung rein Bamboo hundertprozentig also hier ist meine Frage aufgrund der Zähne alleine können wir sagen was die ursprüngliche Nahrung für ein Tier sein sollte ja oder nein nein das habe ich fotografiert im Zoo in Sydney das ist das das Plakat was sie da haben der kleine Panda wird als Fleischfresser eingeordnet obwohl er sich überwiegend von Bambus ernährt also ein Tier aufgrund der Zähne wird eingeordnet als Fleischfresser aber seine Ernährung besteht grundsätzlich aus Pflanzen also jetzt haben wir schon ein bisschen anderen Überblick aber wir haben noch vieles was wir studieren müssen und schauen müssen ob es jetzt auch wirklich so ist oder nicht und was von der restlichen Anatomie wie steht es denn mit dem Darm und der Entwicklung ist es möglich dass die biblische Geschichte vielleicht hätte wahr sein können oder ist sie total unwahrscheinlich ich denke nach diesem nehmen wir eine kurze Pause überlegen uns das ein bisschen schreiben ein paar Fragen auf und dann werde ich versuchen diese weiteren Fragen in der nächsten Hälfte zu beantworten danke